hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen video und zwar in minecraft in minecraft hat man sich gesagt müssen sie auf dem kanal und wir sind hier gerade beim verhungern deswegen essen wir noch süß werden mal zwei wunderbar das haben wir uns ja letztens jahr angeschaut einig sehr sehr enttäuschend von hinten komme eigentlich und ich würde mal behaupten wir gehen ich mal einfach nach da lang so wenn man im hübschen mit schneller weil ich habe ihn ist es ich habe mich den ganzen tag die zeit herumzulaufen wir wollen hier was entdecken was sie haben naja also viel gibt es hier gleich nicht zu sehen ich könnte einfach mal ein bisschen holz mitnehmen wenn wir schon hier ist genug holz haben soll nehmen ein bisschen holz mit wenn man eben hier schon möglichkeit haben machen wir es natürlich genauso wie erde erde hätte ich vorhin gebraucht deswegen auch erde auf jeden fall mit so sind hier vor haben wir den nächsten baum den man auch gleich mitnehmen so ich will jetzt geht ein baum danke so jetzt braucht man erde damit ich ihm hier hochkommen ist erde auf jeden fall viel viel besser sind um ein bisschen erde mal weg lagern mit der schaufel und nehmen wir uns ganz eben hier mit danke danke das ist doch mal kurz was essen und ich die zum anland nehmen wir uns auch mit ich würde hier ist nicht pflanzen ach kein von mir aus so und zwar brauche ich hier der ist hier weg und hier ist dahin so müssen wir hier hin wo auch anders jetzt ich bin gerade wieder hier richtig danke da wir sind 11 11 gegen einen alles ganz jetzt hier gemacht aber da gut so okay hier das nehmen wir mit und das auch und weiter geht's weiter geht so dass dem auch mit das kann man dann bei uns irgendwo dann mal an land sein was ich möchte auf jeden fall nicht einen eisbiom oder wie das biome auch immer heißen möge sondern ich möchte irgendwo muss eindeutig wärmer hier vorne sieht man schon hier vorne haben wir keine schnee mehr oben auf die blöcke somit ist es auf jeden fall wärmer so dann schaffen wir uns hier mal uns hoch und schauen um welche irgendwo was brauchbares finden wir haben auch eine höhle mit einem kippen spinne drin okay wir haben das sind sehr viel gas wieder mal hallo bleibt es da danke ich habe noch immer kein knochen hier ist wieder ein eis also ich glaube wir sind hier komplett von irgendwie eis umgeben kann das sein bei der hinten namen eis noch ein wolf servus da ist schnell okay dann würde ich mal sagen gehen wir mal hier in die richtung hier rauf ja hier vielleicht geht nicht rein stürzen dann beklimmen wir mal hier den berg und schauen mal oben runter wie das ganze sich dann anschaut eben irgendwo ein schnee gesehen oder bin ich mir das wieder nur eigentlich sachen so und aber komplett von eis umgeben ja das freut mich wieder umso mehr hier dann müssen wir hier mal weiter aber so möchte jetzt geht es so weit hoch wie es nur geht so davon haben wir ein eis da vorne ist damals 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 kann auch bei süßbären vertragen mitzunehmen so bei mir gehen die jetzt schon bald schon aus und ich habe es jetzt doch immer kein wohnsitz sozusagen gefunden wo wir uns ansiedeln können weil ich möchte weg von den ganzen eis dingern so wir brauchen wir gehen hier einfach mal so grad und wenn man ist nicht planten ja okay sondern erstmal was weil das brauchen wir gerade auf jeden fall so und dann nehmen uns hier aber auch hier die süßbären gleich mit natürlich das angebot steht hier natürlich noch immer wenn es mit keinen kommentaren schreiben ich dass man machen soll was ich nicht machen soll hier wie schon das projektor heißt ich bin ein kompletter noob ich habe minecraft sehr wenig erfahrung wissen allgemeinwiesen so jahren wenn man halt andere youtube schaut uns weiter aber wirklich so wie ich sage ja ich weiß überhaupt was ich tun muss und was nicht nicht so also kann es mir gerne in die kommentare schreiben da wir haben hier alles mögliche wir haben die schüler höhle das ist was was sie keine monster sahen gedung auf schaut also wir haben hier auf jeden fall kohlen das nehmen uns hier auf jeden fall mit kohle ist sehr wichtig warum dann für am packen und fackeln ist gleich mein kopf eines der wichtigsten sachen will ich zumindest behaupten mal als minecraft noob das ganze wirklich extrem wichtig ist ja wegen nehmen wir uns mal die ganzen kohlen sache mit wirkschen natürlich auch xp bis ins level das ist nicht auch gleich wunderbar das ganze ist schon sehr schwierig da vorne sehe ich mal sand das heißt sie sind ja eher auf einem guten weg hallo danke ich gehe hier nur vorbei ich weiß nicht ob die überhaupt etwas tun ich möchte gerne in die kommentare beantworten ob die eigentlich was tun usw da ich bin die können angreifen will ich mir zu müssen sein da wir sind jetzt müssen wir in wärmeren biogen oder auch nicht wenn ich ja das ganze komplett mit schnee ist das sand ja eigentlich nur an wo eben kein schnee eis was sonstige sachen sind wissen wir kann ich extrem schnell da ok hier sind auf jeden fall mal weg vom ok hier vorne haben es ein komisches häuschen oder schiffchen und wir haben auch eine schatzkarte dass man gerade einfällt weiter hätten wir machen so ein mengen dort wesen wären so noch ok ist dann zerschlagen uns das ganze mal nehmen es mit so genau kurz an der oberfläche wenn ich bis noch luft dann kann ich mal sagen schauen wir uns das ganze mal an ok das ganze ist ja nur so aus es heißt wirklich eben tut es hier nichts so haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wenn man jeder verzaubert im fluch der bindung in den lederstiefel und der jacke dornen 3 plus 3 rüstung hat sich das ganze das plus 1 so wollen ich natürlich nichts verschwenden das heißt wir nehmen uns das hier natürlich mit sonst haben wir hier nirgendwo war es schaut nicht danach aus hier um das ganze ist auf jeden fall schon wärmer wir hinten haben wir es immer den schnitz das heißt wenn man glaubt mir geht mal in die richtung so hin das heißt wir baddeln in die richtung was haben wir hier ein möchte ich auch nicht rein eigentlich um ehrlich zu sein hier aber hier darf ich mich auf jeden fall schon wohl in der nächsten folge wärme eben hier und sein ihm auch was hinbauen so aber nun gut nun gut nun gut nun gut gut so das war es dann auf jeden fall schon wieder mit hier mit der erfolge wie ihr dauernd beim verhungern nur so auf jeden fall abo light lasten ich würde mich freuen ihr hoffentlich auch und wir sehen uns dann in der nächsten folge ich hoffe ihr seid gespannt so wie ich was uns erwarten wird und wie er unser neues haus aussieht auf jeden fall bleibt gesund und haut rein und dann sage ich tschau tschau